Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Für die Spieler selbst ist es wohl eher keine gute Nachricht, wohl aber für ihren Ausbildungsfeind, den FC Schalke 04, denn das sind wir. Denn wie bekannt gegeben wurde, möchte PSG seine beiden deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer und Julian Draxler wohl gerne abgeben. Und sollte es dort zu einem Verkaufsgeschäft kommen, dann würden wir automatisch etwas von der Ablösung abbekommen, da eben beide, zumindest teilweise, auf Schalke ausgebildet wurden. Anlass für diese Entscheidung der Franzosen, die beiden eben zum Verkauf freizugeben, ist ein neuer Sparkurs bei dem Hauptjob-Klub, denn Paris will bis zum Sommer 100 Millionen Euro durch Spielerverkäufe einnehmen. Und laut El Kieb zählen Julian Draxler und auch Thilo Kehrer zu jenen Spielern, die man eben nicht behalten möchte. Im Falle von Julian Draxler ist sein Verkauf aber dennoch eher unwahrscheinlich, da dieser seinen noch bis 2024 laufenden Vertrag seinerseits erfüllen und nicht wechseln möchte. Da gab es schon immer wieder Diskussionen, aber auch immer wieder Draxler klargemacht, er will bei PSG bleiben. Trotzdem, sollte er gehen, würden wir da auf jeden Fall einen, ja, wahrscheinlich einen Prozentsatz von 5 abbekommen. Bei Thilo Kehrer hingegen scheint ein Weggang durchaus im Bereich des Möglichen und das vielleicht auch schon sehr bald. PSG kalkuliert Dortmund eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro für den deutschen Nationalspieler und daran würden alle Ausbildungsvereine mit einer Summe in Höhe von 5 Prozent der Ablöse teilhaben. Das wären 1,25 Millionen Euro, die in den Topf für die Solidaritätsabgabe für Ausbildungsvereine flösse. Davon wiederum erhielte Schalke einen gewissen Anteil, der sich daran bemisst, dass eben Kehrer für sechs Jahre in Gelsenkirchen ausgebildet wurde, aber eine Zeit lang eben auch beim VfB Stuttgart, von woher er zu Schalke gewechselt war. Nach dem existierenden Schlüssel hätte Schalke also rund 700.000 Euro, sollte es tatsächlich zu einem Verkauf für die anvisierten 25 Millionen Euro kommen. Und das wäre natürlich Geld, das Schalke in der gegenwärtigen Lage besonders gut gebrauchen könnte und ich finde, das ist schon ein richtiger Batzen Kohle. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, bei West McKinney könnten wir Anteile bekommen, bei Julian Draxler eben auch und eben auch bei Thilo Kehrer. Wahrscheinlich bei Kehrer ist es am höchsten, dass das eben passiert und 700.000 Euro, damit könnte man schon richtig gut was anfangen. Vielleicht ja sogar auf dem Wintertransfermarkt das da investieren oder einfach sparen. Und trotzdem natürlich ein bisschen überraschend, vor allem auch bei Thilo Kehrer, denn er kommt ja auf 17 Fliegspiele für PSG. Aber zuletzt hat er eben nur noch auf der Bank oder sogar noch auf der Tribüne gesessen, wenn eben PSG Fliegspiele hatte. Deswegen auch er ein Verkaufskandidat. Mal gucken, ob das am Ende auch realistisch ist oder nicht. Wir Schalker dürften uns aber auf jeden Fall über ein paar Euros freuen. Eure Meinung zu Draxler und Kehrer gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf, Anale Schalker.